Somebody said to me Why you baby sitting only to a dick shot I'ma show you how to turn it up a notch First you hear the swimming pool Pull of liquor, then you dive Merabayersujuks Willkommen zu einem 101 gegen den Penner number one aka Yasuni Ja, danke dafür Yo, ich bin Yasuni 16 Jahre alt Und natürlich homosexuell Ja, auf jeden Fall Seit meiner Geburt Easy, man Ich werde auch nicht so viel lachen, dass da meine Kopfhörer fallen Was los Ja, easy Und ich wollte mich auf jeden Fall noch mal entschuldigen Dass ich jetzt nicht gerade der Besten helfer bin Muss man auch dazu sagen, aber Hier ja so Das ist gereist für mich mit Sachen Junge, ich bin Boah, das kennt man ja jetzt eigentlich schon fast als hart So als hartscope, sage ich mal Bewerten, man Hast du ja sponsert mich, danke dafür Drei bei Ich würde mal sagen Quickscope, sein Vater Nicht Spaß Es gibt Leute, die machen irgendwie Abschussketten, Digga Und ich schaffe gerade mal zwei Kids hintereinander Da ich ja moin Alter, was geht los Nashi's Sohn auf jeden Fall Nicht Spaß Der ist krass, Alter Nashi's echt krass Nashi, ja, der ist auch unnormal Der ist echt unnormal, man Wenkt mich wieder nur ab, ne? Wallah, ja Alter Mach mal ein paar Kills, der ist vorhin noch besiegt Mit Wallah Leitung ist auf jeden Fall nicht da Oh, oh, oh Mein Schatz, gut, das ist schon Boah, nee Pass auf, 360 Das Beste ist ja, ich bin mit Laser, Digga Zum No-Scopen Alter Nein Warum hab ich nicht geschossen, ich bin, Natter ÖH Den Spot kann ich eigentlich auch, ne? So Oh Oh, ich hasse es, ne? Wenn ich challengen muss Du musst immer blöd Alter, fucken Man, ich nenne Okay, stopp Look at your face, Reapers Look at your face Alles gleich, ich hab zu dir grad Reapers gesagt, Digga Oh, man Danke dafür Ich mein natürlich ja so Grüße gehen raus an Reapers Grüße gehen raus Alle Grüße gehen raus an den Bastard Number One, aka Reapers Hoffentlich sieht er das Video Arschloch, Alter Hoffentlich Also ich steck's Obwohl, der wird Der muss es ja sehen, sonst gibt's wieder eine Schöne, saftige Ohrfeige, Mann Mit der Ska, H Alter, kannst du mal stehen bleiben? Nee Heute nicht blöd Spawn, spawn Ich kann ja nicht Wallbang, Mann Was ist das? Danke, mein Stimme Danke für den Heldmarker Oh, fuck, Mann Oh, schöner Hedger Schöner Hedger auf jeden Fall Kann gar nicht snipen, Mann Face wäre enttäuscht von mir Ey, denkst du, dass Face mich aufnehmen würde? Ja, oder? Ja, bestimmt Ja Also wenn nicht, dann Nachmittag raus Ja, dann Naja, ein bisschen zu mir Und diese Shots sind immer auch Genial, Mann Alter, das ist so unfair, wenn ich jetzt hier verliere, ne? Nee Weil du vorhin gewonnen hast, ne? Das ist richtig eklig Ich kenn das, Digga Alter, weil ich selber weiß, dass ich nicht so scheiße bin wie gerade Ich weiß Ey, ich hatte es mal in der 101 Das war richtig schlimm, Mann Also in einem normalen 101 Gegen den Kollegen von mir Grüße hier raus an Virgil Das allererste 101 gegen ihn waren 20 zu 2 Also natürlich für ihn halt Nicht für mich Ich weiß Das war der erste 101, der so richtig gut war 20 zu 2, aber mittlerweile schaffe ich meist immer 14, 15 Kills Wenn es gut läuft, lieber 20, aber der Typ ist auch unnormal Ey Du nimmst das auf, ne? Ja Aber nicht im Kino-Modus, oder? Nein, mit Delgado, Digga Live, so wie ich gerade zocken, also aus meiner Sicht Ah, mies, Alter Die sollen auch mal sehen, dass ich alles treffe, aber nix connected, Alter Egal, egal Passt schon Ah, nein Oh mein Gott, ich treffe überhaupt nichts Ich bin absolut Ich treffe? Boah, nee Hätte ich jetzt gut mit Nussgemäße ausgerassen Oh, fuck Sorry, Mama Dafür gibt es erstmal eine saftige Schelle von Mutter Von Mutter, ja so Ja, die schlägt Die schlägt so zusammen, Alter Gibt erstmal eine saftige Du bist Pole, ne? Ja Eine polnische Ohrfeige gibt es erstmal Oh mein Gott Ich treffe überhaupt nichts, ne? Das ist so genial, Digga Du hingegen triffst alles, aber irgendwie connect bei dir nichts Tja, Moin Also mit Sniper Mit allen Waffen habe ich auch Tausende Alter Digga, okay, jetzt hörst du mich auf Jetzt wirst du wahrscheinlich Comeback das Jahr Grauensform des Jahrhunderts machen Ja Ich fame auf einmal extrem, ich verstehe das gar nicht Wenn ich führe und dann auf einmal Todesfame, ey Sniper Passt das auch Oder genauso, wenn man am Anfang nichts trifft, oder das Ja Oh, ich habe meinem Junior Also beim aller, wirklich allerersten 101 gegen ihn Comeback des Jahrhunderts gedrückt Er stand irgendwie 25, 17 gegen mich Ich habe dann noch 13,29 gewonnen, Digga Das war das allererste 101 Da war ich, äh, jetzt war Natürlich schon in der Türkei gekommen Bin also komplett frisch aus dem Aus dem, aus dem Dings, Digga Aus dem Himalaya, aus dem Himalaya Aus dem Urlaub heißt das Aus dem Urlaub, natürlich Ich kann Oh, Hedgeho Oh, Hedgeho Genau, Wallbang Ja, Lukas hätte ich jetzt tausendmal gewallbankt, Digga Ich kann das aber nicht Oh, Raffi Wallbang willst du Durch dieses Teil da, Digga Die kills sind immer schon so genial, ne Ich muss jetzt ja gleich mal gunnen Oder später mal gunnen Wenn ich es dann uploade Ne, wenn ich das verliere, äh Lass mich rufen, ne, ne Digga, ich hätte auch hochgeladen, wenn ich verloren hätte Ich hätte sogar hochgeladen, wenn ich ein Nuklearkassität hätte 101 Ah, ne, ist nicht, Alter Ne, ist auch Wallah, doch, Wallah Egal, ich mach dann noch Trickschotten Du, du bist eh auch vorhin, Digga Weil ich dann erst Trickschotten Oder vielleicht dauert es auch zu lange, Digga WTF Kann das schon auch sein, Mann Ne, das ist jetzt eine Million Jahre Darauf, was ich mein 1-1 Also, ja, ja Wegen, ähm, Trickschotten Oh mein Gott, nein Ach, ich hitte jetzt gleich wieder auf das 1 Oh, er gibt mir Er gibt mir halt richtig, hat Du holst auf Alter, könnt ihr mal drauf sein Wechsel jetzt gleich einfach zur FVU, Alter Echt, ein bisschen Spray, natürlich Ich kann echt nicht, Snipe, Mann Das ist richtig komisch Alter Komm Kennst die Leute im Bus, Digga Du bist im Bus Und alles in zwei Kälte Auf einmal hast du noch so Oh, Mann Naja Richtig Genial Richtig Genial Man merkt einfach, dass man im Der Winter am Start ist, Mann Komm her Oh So, wenn ich jetzt noch aufhole Mach einfach normal, lass dich Ja, okay Wenn schon will ich wie ein Mann Ich mach No-Scope, komm Wenigstens etwas Äh, wenn will ich wie ein Mann verlieren Okay Nein, ich jetzt genial Es kommt nicht mehr Das Amageddon Also ich auch noch getroffen Nein, okay Du holst Weht, auf einmal haust du raus, Digga Auf einmal Kommen die Kills Richtig Komische Haas Auf jeden Fall Alter Aber Lasermarkierer ist nochmal Deutlich einfacher Nein, er hat sich jetzt geholt Ich krieg den First Swarmtrap nie hin Konnt ihr nie mit Sniper Nur halt ab und zu aus Glück Oh, ich bin gerade dumm Was mach ich da Ich hoffe, ich stehe jetzt von dort Gewalt bin Äh, was heißt Gewalt bin Geno-Scope, Mann Das wäre Amageddon Komm, komm, komm Komm her, komm her, komm her Komm her Nice, Birra Wolltest du noch was Morgen Morgen kommt sofort noch eins Da gewinne ich dann Morgen 101 wahrscheinlich wieder Also ich weiß es gar nicht Sniper oder sowas Oder Live Live Liga, Digga Live Liga Ist richtig heftig Mit Musern und so alles Wenn ich gut das Internet habe Wenn ich gut das Internet habe, ja Digga, wenn ich auch Einen schönen Controller habe, Digga Bei dem der linke Stick nicht packt Ja, egal Auf jeden Fall Ich hoffe, euch hat das Video gefallen Haut rein Bis zum nächsten Mal, Leute Ciao Sag auch noch, ciao, Digga Haut rein, Leute Ciao Halt die Fresse